Ja, mein Filz! Ja, mein Filz! Ah. Ah. Ist hier hinten noch irgendetwas? Irgendein versteckten Bauernhof, wo die sich wieder produzieren. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier unten irgendwie aus unerklärlichen Gründen... ...Wolfsgebäude sind, die sich wieder... ...reproduziert haben. Tun sich... tun sich die eigentlich asexuell vermehren, oder wie darf ich das hier verstehen? Ah. Einverstanden. Naja, mir egal. Okay. Bisschen schneller, Leute. Sonst ist der Krieg vorbei, bevor der... ...Kast begonnen hat. Na toll. Okay, ihr geht mal hier hin... ...und du wirst... ...du wirst ein Samurai, das weiß ich jetzt schon. Du hast Glück, dass du keine Frau wirst. Für den Rappen! Jaaaa... ...warum so... ...warum so schnell? Okay. Du... ...bisschen schneller, genau. Du bist der Kundschafter. Du darfst in Ehren sterben, wenn da etwas ist. Okay. Jetzt leuchtet irgendetwas. Da! Oh mein Gott. 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 Das sieht überhaupt nicht gut aus. Wow, 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 wow. Hat der hier oder wie? Oh, ich bin gerade richtig geschafft, Leute. Unsere Helden sind... Sie haben alle überlebt. Und die Mission ist geschafft. Oh, danke, lieber Gott. Ja, wir haben es geschafft. Okay, einfach weg. Und der Dieb des Schlangenauges ist fort. Wir wollten ihn verfolgen. Aber ihr habt ihn verloren. Das war kein Mensch. Ihr habt selbst gesehen, wie ihr ihn bewegt. Ich weiß, was immer es war. Es hat meinen Vater getötet. Seid ihr da sicher? Es spielt keine Rolle mehr. Was will dieses Wesen mit dem Auge? Vergesst das Auge. Es ist ein wertloses Stück Fels. Shinja! Seht euch um. Wir haben Schlangenholm eingenommen. Ist das denn nichts? Seht. Der Drache und das Auge sind eins. Warum ist mir das zuvor nie aufgefallen? Ihr habt nie hingesehen. Es ist bedeutungslos. Das stimmt nicht. Das Schlangenauge war nur die Hälfte von Tarans Macht. Das ist doch verrückt. Wir haben keine Zeit für solche Fantastereien über Zauberei und Drachen. Ihr müsst den Schlangenclan neu errichten. Nein. Dann werde ich es tun. Nein. Er wird schon wieder zu Sinnen kommen, Fürst. Ich muss zum Drachenturm gehen. Lasst mich euch begleiten. Nein. Ich, 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 ich brauche euch hier. Ja, ja, ja. Shinja soll den Lotus und den Wolf beschäftigen, wenn er kann. Wir müssen rasch handeln, während die anderen Clans geschwächt sind. Kenji hat gesagt, Kenji, Kenji, Kenji ist fahrt. Und ich habe ein Imperium zu errichten. Seht her. Im Augenblick ist Schlangenholm sicher. Wir lassen die Baumeister sofort neue Mauern errichten, falls unsere Feinde zurückkehren. Die Truppen des Wolfsclans haben sich in die Hügel zurückgezogen. Sie wollen bei den Minen einen Posten errichten. Wenn wir uns beeilen, können wir sie noch überraschen. Wir sollten versuchen, ihnen in die Flanke zu fallen. Vielleicht wäre das besser als ein Frontalangriff. Die Täler und Sümpfe in dieser Provinz würden unserer Armee Deckung bieten, bis wir angreifen können. Nein, nein. Der Wolfsclan ist geschlagen. Die Zauberer vom Lotusclan sind die wahren Feinde. Schlagt zu, solange sie das Meer im Rücken haben. Und die Sache ist ein für alle Mal erledigt. Okay. Das war es jetzt mit der Mission. Ähm, ich entschuldige mich gerade. Es hat, glaube ich, gerade gestockt. Ich habe auch gesehen, dass F-Wraps irgendwie nur noch 1, 2 FPS gezählt hat. Keine Ahnung, was das los ist. Also Entschuldigung, wenn die Zwischensequenz nicht so gelungen war. Aber wir haben die Mission geschafft. Und das zählt es. Ich werde jetzt erstmal beenden. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.